Boah, heftig. Was ein Schicksal einfach. Und das innerhalb von einer halben Stunde oder so gerade. Ich konnte ihn nicht finden. Könntest du? Und wenn du wunderschön bist, würde er sich selbst herausfinden. Ich mag dieses Spiel mehr. Vielleicht hat er etwas passiert. Ethan ist gut. Er hat nur vergessen, dass es ein Spiel ist. Du hast mich gefunden. Gut gemacht, Ryan. Keine Angst. Es ist nur ein Spiel, Ryan. Ein Spiel dummer. Ich mag es nicht. Er hat Angst, dass du weg bist. Ich dachte, dass du dich nie wieder findest. Ich bin gerade hier. Und ich versuche, dass ich nicht irgendwo gehe. Ich wünsche, Mira war hier. Und Asha. Und... und Roderick. Ich bin auch. Aber Mira ist in King's Landing und... Kannst du nach Hause kommen? Ich will nicht, dass sie auch sterben wollen. Ryan, sie ist perfekt sicher. Ich versuche dir. Sicherer als da. Hoffe ich. Maester Ortengren hat gesagt, dass er auf die Wallen wurde. Oh, Frau Gerard. Er war nett. Er wird gut. Er wird gut. Gerard ist wunderschön. Niemand wird mir sagen, was Gerard getan hat. Aber es muss sein. Ich hörte Duncan und Sir Roiland sprechen. Sie sagten, dass jemand hier kommt, um eine Revenge zu kommen. Jeder ist über dich. Aber ich bin nicht. Ich weiß, dass du uns beschädigst. Wer sagt, dass sie mich über mich beschäftigen? Denk einfach nur nach. Milchbubi? Ja. 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 Du bist noch nicht geboren. Wir hatten so viel Spaß. Aber dann... Dann... Dann hat sich alles verändert. Roderick wurde so ernsthaft. Der Lord in Training. Und er hat noch nie wieder schreit. Und Asher... Asher hat sich einfach angre. Bei allem. Wobei. Du bist noch nicht so sehr. Du bist sicher. Du bist nur dich. Ich weiß, dass ein Lorde viele Reaktionen, aber du musst nicht sein wie sie. Du kannst. Ich weiß, ich nicht zu ändern. Du bist gut, weil ich lieber einen Bruder als ein Lorde. Ich würde lieber haben wieder. Du hast beide, ich beherriff. Du bist dann. Du bist aber sicher. Du kannst alles, was du möchtest. Ich glaube. Ups. Zu ernst. Was ne Ansage zum Lord. Also, unglaublich eigentlich. Los, schnell! Wir müssen wirklich gehen. Es ist deine Entscheidung. Du bist der Lord. Wenn ich der Lord wäre, würde ich Ethan bleiben. Für seine Familie. Okay. Wenn das, was von mir braucht... Sehr gut, dann. Er ist der Lord. Und bleibt irgendwie nichts anderes übrig. Dachte ich grad so. Warum geht er in die entgegengesetzte Richtung? Hm. Das kann ja jetzt was werden. Ja. 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 Das wird lustig. Herr Ethan, das ist es? Mein Dank für dein Vater und Bruder. Der Herr Forrester war kein Freund für mich, oder mein Haus. Mein einzigartig ist, ich war nicht da, um den Dagger in seinen Herz selbst zu bringen. Ich habe ihn für dieses Jahr, all mein Leben. Die Forresteren endlich bekommen. Ich bin vielleicht jung, aber ich bin nicht so leicht verletzt. Sie versuchen mich zu rilen, aber es wird nicht funktionieren. Jung? Du bist das, Junge. Too jung zu wissen, wenn du mit deinem Kopf bist. Und kein Brot und Salz. Was für ein Mann bekommt ein Herr mit kein Brot und Salz? Du blöden Amateur. Keine Kürtis. Ich sollte so viel erwarten. Entschuldig dich, mein Mann. Du scheiße! Das ist wie ein Herr zu sprechen? Sie Forresteren haben uns für Jahre alt. Nun, die Starks sind nicht mehr dabei, um dich zurück zu haben, oder? Wir sind die Macht im Norden. Reus Bolton ist der Warten des Norden. Aye. Und wir haben ihn für fünf Jahre alt. Du scheiße! Pfff! Pfff! Lord Ethan. Du verlierst die Kontrolle. Das ist genug, Lord Whitehill. Ich bin nicht fertig. Vielleicht, wenn du nicht so fucking greedy mit der Ironwood, Dinge wäre anders gewesen. Du hast deine Schuld. Unsere Schuld wurde von uns verletzt. Wir haben keine Schuld. Aber zu haben, was bleibt. Was ist das du willst, Lord Whitehill? Hm. Hm. Your man, the Squire. We were minding our own business. Keeping the King's peace, as his lordship here said. When your man attacked us for no reason. Heh. Hear that? Attacked for no reason. No reason? You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the lord of this house. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. Soldiers worth a hundred of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? I took care of it. He received his punishment and it's done. He's gone. What? Gone? That was my justice to deliver, boy, and you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it or you'll answer to Roos Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady. Considering your losses and all. But this, this is not over. It's over when my son says it is. Very good. That lad may be lord of this... house. But Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. You're a craven, Lord Whitehill. You're a craven, Lord Whitehill. When Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare her raven. We need to send word to Meera in Kings Landing at once. Hm. Oh. Anscheinend war es ja nicht so schlecht. Hoffe ich. Warte mal. Your sister can help us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's Betrothal to the King may be enough to keep the Bolton's at bay. If it's presented to her as it should be. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, ne? Da können wir.. Mhm. Was gibt's denn da drin? So. Ach, süß. Da haben wir noch eine Münze. Ein Briefchen. Ich wünsche euch alle. Und ich freue mich auf den Tag, wie ihr könnt. Es war sehr nett, Frau Marjorie, das zu mir zu geben. Sie hat einmal zu Frau Elena gehört. Sie scheint ihre Familie auf jeden Fall auch sehr zu vermissen. Verständlich. Die hat echt von allen was mitbekommen. Das wird nicht mehr klappen, fürchte ich. Nicht wirklich. Der Brief von der Mutter. Ich muss wohl die Tür aufmachen. Einen Moment. Was will er denn? Putzen. Okay. Oder was auch immer er tut. Entschuldigung, m'lady, aber... Sie sind okay? Wenn Sie mir nicht interessieren, Sie sind ziemlich schrecklich. Ich bin nur... ... über meine Familie. Ah. Der Brief von home, ist es? Es ist nett für Sie zu fragen. Natürlich, m'lady. Sie sind immer sehr nett zu mir. Bitte, wenn Sie können. Frau Marjorie wird hier im Moment. Natürlich, m'lady. Sie sind für Herr Marjorie. Sie arbeiten für Lady Marjorie? Sie arbeiten für die, Frau Marjorie? Sie sind vielleicht falsch. Ich bin ihre Handmaiden. Sie ist wish. Sie sind mit ihr. Sie sind wie gute Freunden. Sie sind für Sie. Sie sagte Frau Marjorie älter Läden. Sie sind nach der Kirche vacinstrument. Sie sprechen mit Queen Cersei. Geh auch noch. Danke, Kleine. Oh man. Mach doch die Tür zu. Ein Spiel, bei dem man nicht viel reden kann. Das ist überraschend. Und deine kleine Familie auch. Du bist sehr lieb, meine Frau. Natürlich, Meera. Aber du musst nicht entspannen. Wir werden durch das zusammengehen. Du musst verstehen, dass es Grenzen gibt, was ich sagen kann, besonders hier in King's Landing, jetzt bin ich die Königin. Dass ich eine Handmaid aus dem Norden, die Familie für Robb-Stark kämpft. Es gibt Fragen, die ich wenigstens zu tun habe. Cersei selbst hat mich heute Morgen aus dem Royal Seft. Sie hat die Norden-Gerl in meinem Service erwähnt, und sie hat dich als Traitor schildert. Sie hat mich sehr gefühlt. Ich bin nicht ein Traitor. Natürlich nicht. Es ist nur eine Entschuldigung, um dich zu verraten, und ich zuerst für mich. Sie hat eine Aufmerksamkeit. Sie hat eine Entschuldigung. Sie hat eine Entschuldigung, für was, ich weiß nicht. Aber sie ist jetzt auf uns, und ich versuchte, dass ich sie mit ihr bringe. Ich würde das nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich kann nicht ein Konflikt mit Cersei, mit der Verkaufung so nahe. Was sage ich? Findet eine Art, um sie zu verraten. Ja, toll. Dass sie hinter uns hergelaufen ist. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich brauche deine Hilfe. Aber so? Oh Mann. Das kann ich ja auch so gut. Good luck. Ja, Glück kann ich gebrauchen jetzt. Oh, was ich dieses Cersei Lannister hasse. Ja, muss ich ja. Die schläft ja fast ein beim Gehen. Ach, der Tyrion. Ach, der Tyrion. Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Meera of House Forrester. Ja. Your Grace.